willkommen zurück bei play titan quest wir sind im labyrinth von chronos unterwegs haben wieder mal schöne tolle unbrauchbare sachen aufgesammelt die wort gleich zu bild machen bis dann und wir dürfen bestimmt gleich wieder beamen noch mehr kannst du nicht heil du hast keinen platz mehr na gut hallo lebe wohl wir werden uns bald wiedersehen so weiter geht mit einem großen rom du hast keinen platz mehr wo kommt jetzt auch immer her verdammt noch mehr kannst du nicht halten so die vater machen wir platt und dann sind wir uns wieder der gerät sei gegrüßt lebe wohl unsere trank lage sieht momentan gar nicht mehr so gut aus wir verbrauchen durch momentan mehr als war wieder zurückbekommen so der abschnitt war hier relativ einfach und schnell und ich glaube jetzt kommen wir zum können wir vergessen das sind bestimmt noch zwei abschnitte schön wenn wir noch mal so ein brunnen käme wenn man vom brunnen spricht sehr gut du hast keinen platz mehr noch mehr kannst du nicht da schon wieder hallo hallo guten tag das doofel ist jetzt bloß dass ich nach der folge schon wieder die aufnahme pause machen muss das heißt wenn wir Pech haben dürfen wir einen ganz schön langen weg wieder zurücklegen noch mit gegnern naja verdammt wir haben schon wieder gleich den richtigen weg genommen aber es sieht auch nicht so aus jetzt ob da noch was war oder waren wir doch schon in der ecke ich gucke lieber noch mal fahren wir hier unten zu ohne eine truhe verdammt hallo, hallo, hallo dein gepäck ist voll noch mehr kannst du nicht äh, können wir das noch mitnehmen? jo, mixen das oh gold, danke hallo schwach, 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 schwach lebe wohl hm, der Lebensentzug ist glaube ich gar nicht mal so schlecht schade, dass wir das Leben dann nicht zurückbekommen oh, was war denn das gäbe? nur tauren fürst, das ist unser Gegner, ich dachte, ich bekomme es mit dem Telefon zu tun einem Brunnen der Wiedergebote wir praktisch, wenn wir da jetzt noch gleich hinfinden würden noch mehr kannst du nicht fahren aber das gibt's doch nicht Dein Gepäck ist voll Hallo Hallo Bis dann so ich denke mal, wir werden hier noch mindestens vier Folgen noch verbringen könnte ich mir vorstellen so ich denke mal, wir werden hier noch nicht verbringen ich denke mal, wir werden hier noch nicht verbringen so der nächste brunnen ich freue mich jetzt gleich haben wir ob die natur eingesammelt mit dem ist jetzt vielleicht kommen da ist er in der ecke eine essenz von 2 wo ist es denn da klack klack erst unsere zweite ob wir noch ein level aufsteigen bevor wir den komischen minotoren fürsten begegnen das ist noch eine gute frage ohne königliche truhe noch mehr kannst du hier kannst du nicht tragen hallo toll ist dann wieder seine muckwaffe so weiter geht's der nächste brunnen lässt aber noch ein bisschen auf sich warten noch mehr kannst du nicht tragen eine brumbeerweste ein gepäck ist voll du hast keinen platz mehr biemen biemen sei gegrüßt was ist jetzt hier das grüne gewesen das hier zyniker kopfbedeckung mit damit bis dann so die brumbeerweste die ist wahrscheinlich auch wieder 45 hallo komm sag es sag es noch mehr kannst du nicht tragen dein gepäck ist voll gut die haben sich gleich wieder mit den nächsten an und licht das heißt wir werden wahrscheinlich einen kleinen empfang bekommen wenn wir zurückkommen sei gegrüßt und schütz guten tag könnt ihr die leute nicht mal ruhe lassen war ja noch was gut dann gibt es hier wieder ein folgenpäuschen spitze bedanke mich bis dann hmm Vielen Dank.